Servus und hallo bei Nordamerodob Show! Jetzt K-Phase Wochenreflexion vom 28.11.04.1994 Arbeits- und Wohnungssuche am Anfang der Woche bin ich erstmal rumgefloppelt. Wusste nicht genau, wo ich anfangen soll. Arbeit oder Wohnung suchen. Ich dachte, Wohnung ist schwieriger und wollte nachträglich das zuerst machen. Was natürlich dumm ist. Denn was bringt mir eine Wohnung ohne Arbeit? Genau nichts. Ich will eines Tages Ex-User in einem Daytop-Haus werden. Da man aber nicht sagen kann, wann das soweit sein wird, werde ich mir zwischenzeitlich eine andere Arbeit suchen. Ich werde aber in Sachen Ex-User mal bleiben, mich informieren und dementsprechend handeln. Spoiler-Alarm ist natürlich nichts geworden, weil ich sehr schnell nachträglich wieder gekifft habe. Das geht natürlich nicht. Wie sollst du Ex-User sein, wenn du kiffst? Nach der Arbeit. Bier trinken ist kein Problem. Aber nicht während der Arbeitszeit. Und wir wollen gar nicht nach der Arbeit. Äh, nur nach der Arbeit meine ich. Aber nicht kiffen. So Leute. Peace out.